Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 35. Aktuell-Sendung von DPT-TV und heute natürlich zunächst mit allen guten Wünschen für ein gesundes und zuversichtliches Jahr 2023. DPT-TV, Präventions-TV, sendet auch in diesem Jahr wöchentlich mit aktuellen Informationen rund um das Arbeitsfeld der Kriminalprävention und anliegender Präventionsbereiche mit den Schwerpunkten Präventionspraxis, Präventionspolitik und Präventionsforschung. Sie können auf verschiedenen Kanälen und über verschiedene Möglichkeiten uns wahrnehmen, einerseits über die Webseite des Deutschen Präventionstages, andererseits über die täglichen Präventionsnews, aber auch über unseren YouTube-Kanal. Wenn wir mal ein wenig zurückschauen auf die letzten drei Jahre, sie waren schon besonders, diese Jahreskongresse, diese Deutschen Präventionstage 2020, 2021 und 2022. Wir mussten zum Teil komplett auf online schalten, wir haben zum Teil Hybrid-Formate gefahren. Allein der letzte Deutsche Präventionstag des Jahres 2022, der 27., er hat neun Monate gedauert und er hatte eben beide Arbeitsschwerpunkte. Er hatte einerseits die Möglichkeit, online Vorträge zu sehen, die wir mittwochs ausgestrahlt haben und andererseits hatte er die Präsenzveranstaltung am 4. und 5. Oktober letzten Jahres in Hannover. Mitteilen kann ich Ihnen nun, dass all die Dinge, die dort passiert sind im Rahmen des 27. DPT, sei es online-mäßig, sei es in der Präsenzveranstaltung, alles ist nun für Sie wahrnehmbar in unserem Archiv. Schauen Sie also bitte mal nach bei präventionstag.de und dort finden Sie die Schriftfassungen und Sie finden verschiedene Fotos auf Videoaufzeichnungen, all das, was wir haben anbieten können in diesem Kongress im vergangenen Jahr. Wenn wir dann den Blick nach vorne richten, dann freuen wir uns natürlich sehr auf den nächsten echten, richtigen Präsenz, Deutschen Präventionstag Nr. 28. Er findet am 12. und 13. Juni 2023 in Mannheim statt. Das Schwerpunktthema lautet Krisen und Prävention und der Programmbeirat hat im Dezember bereits das Wesentliche des Programms beschlossen. Es gibt nochmal eine spätere aktualisierte Programmfassung, aber jetzt sind wir erstmal damit befasst, das aktuelle Programm aufzubereiten und Ihnen dann im Frühjahr zur Verfügung zu stellen. Es wird eine spannende Veranstaltung mit den üblichen Formaten, die Sie kennen, von den Vorträgen über die Ausstellung bis hin zum Prevention Slam und zu Theateraufführungen. Sie können sich jetzt schon anmelden, Sie können aber jetzt auch schon Plakate bestellen und natürlich das Programm anfordern, auch in größerer Stückzahl, das dann im Frühjahr diesen Jahres erscheinen wird. Soweit die Vorankündigung zum 28. Deutschen Präventionstag und nun zu den Präventionsheadlines der vergangenen sieben Tage. Die globale Erwärmung treibt Menschen weltweit in die Städte. Der Klimawandel führt langfristig dazu, dass mehr Menschen aus ländlichen Regionen in Städte ziehen. Das zeigt jedenfalls eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Danach ist der Anteil der Stadtbevölkerung beispielsweise in besonders heißen Regionen seit 1960 um ein Vielfaches gestiegen. Mit Beratung und IT gegen digitale Gewalt. Hier handelt es sich um eine Information des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe mit besonderen Hinweisen für eine bessere Versorgung für Betroffene von Cyberstalking. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung startet Förderrichtlinien zur Stärkung der Rechtsextremismus- und Rassismusforschung. Ab 1. Januar diesen Jahres starteten unter anderem 17 Forschungsprojekte und zwei Wissensnetzwerke im Rahmen der Förderrichtlinie aktuelle und historische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus. Die internationalen Daily Prevention News des Deutschen Präventionstages aus dem Dezember 2022. Seit mehreren Jahren, meine Damen und Herren, veröffentlicht der Deutsche Präventionstag täglich auch eine englischsprachige News aus dem internationalen Präventionsgeschehen. Die englischsprachigen News aus dem Dezember letzten Jahres sind hier auf unserer Webseite aufgelistet. Corona belastet Kinder und Jugendliche weiterhin. Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie noch spürbar beeinträchtigt. Zwar sind die Belastungen nicht mehr so hoch wie während der ersten und zweiten Lockdowns, aber sie liegen durchweg über den Werten vor der Pandemie. Ich bedanke mich jetzt herzlich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur kommenden Woche beim Präventions-TV.